Hey, ein letztes Mal Hallihallo aus der Sommerpause 2019. In zwei Wochen ist es wieder soweit. Die vierte Staffel meines Podcasts Burnout von der Leichtigkeit des Seins startet. Und es wird wieder alles dabei sein. Alles, was wir in der letzten Staffel nicht mehr geschafft haben. Das Unterbewusstsein, Körper, Geist, das Ayurveda, vielleicht sogar der Tiger. Auf jeden Fall kannst du dich freuen auf wertvolle Tipps für deinen Weg aus dem Burnout, gute Geschichten und das Mantra der Woche. Heute gibt es von mir erstmal die Kühlschrankliste. Wie immer findest du darauf nochmal die letzten zehn Mantren der Woche aus der vergangenen dritten Staffel mit einem kleinen Vermerk, handschriftlich von mir, damit du das Wichtigste nie vergisst und quasi jeden Morgen als erstes drauf schaust, bevor du deinen Weg machst in den Tag. Alle, die sich schon länger eingetragen haben, haben diese Liste schon in ihrem Postfach. Falls du das bisher noch nicht gemacht hast, kannst du das jetzt gerne noch nachholen, indem du auf meiner Webseite www.burnout-coaching-berlin.de auf die Newsletteranmeldung gehst. Den Link dazu habe ich dir nochmal in den Beschreibungstext zu dieser Mini-Episode gepackt. Du kannst es jetzt nachholen und erhältst dann die Kühlschrankliste mit dem nächsten Newsletter am 15. August zu Beginn von Staffel 4. Ich bin aufgeregt und ich freue mich mega drauf. Deine Susi Ich bin aufgeregt und ich bin aufgeregt und ich bin aufgeregt.